Im Podcast-Sumpf, wir schaffen den Überblick. Herzlich Willkommen zu Im Podcast-Sumpf, Folge 39. Mein Name ist Medi Müller und mir gegenüber sitzt die bezaubernde Tina mit K, hallo. Grüßt euch. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut. Ist ja schon länger her. Also für uns, für euch jetzt wieder mal 14 Tage. Aber wir haben wohl schon länger nicht mehr aufgenommen, haben wir gerade festgestellt. Ja, müsste drei Wochen her sein. Drei Wochen haben wir jetzt nicht gesehen. Und wir haben es ausgehalten. Deine Frau muss dich zwischendrin mal zu mir einladen, aber ansonsten geht's ja. Stimmt, ja, die ist ja auch mehr wert als ich. Ja, hatten wir schon über unsere Premiere gesprochen? Über deine Premiere? Nein, wir haben nur gesagt, es wird gewesen sein. Stimmt. Und jetzt können wir auch sagen, wie es gewesen ist. Richtig. Und zwar, es war wunderschön. Der Flashmob hat funktioniert. Ja. Es gab, also hinterher gehört, also alle Leute haben gedacht, ey, was soll das jetzt hier? Also vielleicht für die Erklärung, die natürlich, gibt's ja auch Leute, die nicht dabei waren. Also wir haben einen Flashmob gemacht an meiner Buchpremiere. Und zwar ist das folgendermaßen abgelaufen. Ich hab jetzt sonst immer Musik dabei bei meinen Lesungen. Also einen Musiker oder Musikanten, je nachdem, wie man's einordnen will. Und diesmal hab ich halt gesagt, ich hab keinen Musiker bekommen und deswegen hab ich hier Noten mitgebracht und hab die mit dem Beamer an die Wand geworfen und hab gesagt, das Publikum soll singen. Ja, dann gab's ja erstmal lange Gesichter. Aber dann ist der Chor nach und nach aufgestanden und hat dieses Lied geschmettert. Und auch noch ein paar andere. Wunderschön. Und es hat funktioniert, obwohl es am Anfang nicht so aussah. Also das klappt mich. Ich hatte mir da echt große Sorgen gemacht. Ja, es hat auch echt Spaß gemacht. Aber dann nochmal vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten im Chor, die uns jetzt zuhören. Da gibt's vielleicht den ein oder anderen, der den Podcast hört oder die. Und vielen Dank dafür. Und ja, es hat auch jeder von mir ein Buch geschenkt bekommen. Ja. Hast du deins auch bekommen? Ja, hab ich. Du hast es mir sogar signiert. Hast du es denn schon gelesen? Nein, leider nicht. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass ich nicht mehr lese, dass ich nicht mehr dazu komme zu lesen und mich nicht mehr konzentrieren kann und so. Ja. Deswegen konnte ich dein Buch leider noch nicht lesen in der Zeit. Aber unsere liebe Diana hat mir ein Buch mitgebracht. Ein Goldstück, das muss man jetzt mal sagen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Und mit dem Hinweis, dass dieses Buch schon so manche Leserin verzaubert hat. Und ich möge das doch mal lesen. Vielleicht komme ich dann wieder ins Lesen. Diana, das mache ich. Ich habe demnächst Urlaub. Das wird meine Urlaubslektüre. Danke dir. Fand ich total süß. Und danach liest du dann meins und dann denkst du... Na gut. Egal. Ja. Ich habe auch noch was, wie soll man sagen, nicht herausgefunden. Ich habe mal geguckt, so, in unseren Statistiken. Und was mich da... Wir haben jetzt ganz neu die Länderübersicht, die wir so jetzt bekommen haben. Und das ist hochinteressant, Tina. Ach ja. Die werden international gehört. Wirklich? Ohne Scheiß. Also ich... Nur eine Auswahl an Ländern, in denen unser Podcast gehört wird. Habe ich hier mal aufgeschrieben. Iran, Thailand, Bolivien, in der Ukraine, Indonesien, Norwegen, Belgien, Ägypten. Und jetzt interessant ist, Italien, USA und Spanien haben sehr viele Zuhörer. Nein, wie cool. In USA haben wir über 80 Zuhörer. Was? Ja. Das ist ja genial. Grüße an alle im Ausland. Und hier, der aufruft, schreibt uns, wo ihr uns hört. Ja, bitte. Das würde uns sehr interessieren. Also ich meine, die Statistiken, das kann ja auch irgendein blöder Bot sein, wenn da mal so A1 steht oder so. Aber gerade Italien, USA und Spanien waren sehr viele gewesen. Ja, cool. Das fand ich total interessant. Und die Schweiz und Österreich natürlich. Ich weiß von meinem spanischen Kollegen, der in Madrid wohnt, der hat gesagt, der hat da mal reingehört, weil er meine Werbung gesehen hat. Aber er versteht natürlich kein Deutsch. Und er hat das wieder ausgemacht. Und das macht natürlich wenig Sinn. Aber es sind einige. Also gerade in den USA sind es doch etliche. Ja, cool. Und wir schicken hier die Grüße raus an die Leute, die im Ausland sitzen. Und wie gesagt, schreibt uns. Da können wir nämlich gleich mal die Kontaktinformationen loswerden. Unsere E-Mail-Adresse lautet Impodcastsumpf.web.de Impodcastsumpf klein und zusammengeschrieben. Oder über unser Kontaktformular auf der Homepage. Oder über Instagram und Facebook. Auch jeweils im Podcastsumpf. Genau. Und sonst schreibt uns einen Brief. Schickt uns eine Taube. Hast du das Impressum angegeben auf der Homepage? Kennen die deine Adresse? Kann man uns Briefe schreiben? Ja, muss ich. Ja, siehst du. Das ist mir aber nicht so recht. Ich weiß, aber ist ja irgendwie so. Da standen nämlich schon mal Leute vor der Tür und wollten ein Buch haben. Und dann haben die gesagt, sie wussten nicht, wo sie es kriegen. Und dann habe ich gesagt, Buchhandel? Ja, das war sehr unangenehm. Ja. Aber ja, so Impressum muss man ja angeben. Wenn es ganz schlimm wird, muss man halt ein Postfach angeben. Aber ja. So schlimm ist es jetzt noch nicht. Schreibt uns Briefe, schickt uns Briefe. Faxe nehmen mir leider keine an. Nee, die 80er haben angerufen. Die wollen das nicht mehr. Aber wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns aus dem Ausland schreibt, wer oder wo ihr uns hört und bei welcher Gelegenheit und warum ihr uns im Ausland hört. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, da kriegen wir ein bisschen Feedback. Seid ihr ausgewanderte Deutsche? Seid ihr Leute, die Deutsch lernen wollen? Ja. Oder was auch immer. Oder was auch immer. Das ist ja die Frage. Deswegen, das will ich ja wissen. Ja. Würde mich auch interessieren. Okay. Bei 39 fängt wer an? Ungerade Zahlen bin immer ich. Ja, dann hau rein ein. So. Mein erster Podcast für heute heißt Tracks und Traces. Ich muss gestehen, ich habe mich von einer Werbung inspirieren lassen. In irgendeinem Podcast wurde mir da Werbung reingehauen. Normalerweise höre ich da nicht zu. Aber da hieß es dann tatsächlich, in unserem Podcast Tracks und Traces stellen Musiker ihre Geschichte vor, wie sie ihren Song komponiert haben. Und da wurde ich hellhörig. Der nächste Tiefschlag ist dann, von wem dieser Podcast präsentiert wird. Es ist eine, wie heißt das, eine Institution, die niemand mag, die GEMA. Meine Luft. Die machen dann auch zwischendrin tatsächlich mal 30 Sekunden Werbung, wie toll sie doch sind. Ach ja. Und du zahlst deine GEMA-Gebühren, damit die Künstler auch ihren Lohn bekommen, bla bla. Danke, liebe GEMA. Aber der Podcast ist trotzdem gut. Genau. Tracks und Traces. Wie schon gesagt, da stellen Musiker vor, was sie dazu inspiriert hat, ihren Song zu schreiben. Das ist ja fast das, was ich auch mal machen wollte als Podcast. Ich wollte mich ja auch mit Leuten unterhalten, mit wirklich, sagen wir mal Hobbymusikern, die so in ihrer Freizeit komponieren, wie sie so auf ihre Songideen kommen. Und hier sind es halt, wie gesagt, GEMA, sind es halt wirklich Menschen, die ihre Songs auch auf Spotify und so weiter veröffentlicht haben. Und das ist super interessant, wie unterschiedlich die Inspirationen noch sind. Also der erste, den ich mir angehört hatte, das war, wie heißen die, Get Well Soon. Das ist ein deutsches Musikprojekt. Schon mal gehört. Echt? Ich glaube schon. Echt, tatsächlich nicht. Und er hat über einen Song, oder hat einen Song geschrieben, so zum Sport machen. Aber nicht für Jürgen von der Lippe. Nee, nee, nee. Sondern ernsthaft, wie man sich motiviert. Und dann hat er wirklich sich so überlegt, was braucht man, um sich zu motivieren, was für Musik möchte ich hören zum Sport machen. Dann hat er schon mal den Beat genommen, so, dass du auch richtig bei Laufen kannst oder so zum Beispiel. Dann hat er sich gedacht, ja, so Pauken im Hintergrund, wie auf so einer Galere, wäre ja auch ganz cool, das treibt dich an und so. Und dann hat er, ich glaube, mit irgendeinem Tool hat er Musik dann so verschiedene Lines zusammengespielt. Und dann hat er noch, wie auf so einer Meditations-App, wie dann immer so eine Stimme spricht, entspanne dich. Du bist gut. Sowas hat er dann immer eingespielt in den Song und so. Das fand ich schon mal mega interessant. Und die andere Song-Idee fand ich auch ganz, ganz großartig. Und das war was komplett anderes. Der Musiker heißt Meckes, also wie der Kosename von dem Restaurant mit den goldenen Bögen. Meckes und sein Song heißt 1, 2, 3, 4. Und zwar hat er darin verarbeitet, diese ganze idiotische Welt mit ihren ganzen Verschwörungsmythen und wie das mit diesem Internet immer so leicht wird. Ach, dieses Internet sitzt ich echt durch. Sich da irgendwelchen Geschichten, den Geschichten zu folgen, wie zum Beispiel, die Erde ist gar keine Kugel, die verarschen euch alle. Ja, stimmt, ihr habt alle recht. Jetzt, endlich sagt's mal einer, ich folge dir. Und er meint so von wegen, das ist ja alles so einfach, wenn einem irgendjemand was vorkaut und man kann dann einfach folgen. Also ist so seine Line quasi, das ist so einfach wie 1, 2, 3, 4 oder so simpel wie 1, 2, 3, 4. So einfach, dass es jeder kapiert. Und der ist den Song ganz anders angegangen. Er hat das mit seiner Gitarre komponiert. Er hat erst so ein paar Akkorde gespielt. Und dann hat er gesagt, er hat auch überhaupt gar keine Ahnung von Musiktheorie. Er spielt die Akkorde und das hört sich für ihn gut an. Dann muss er aber immer zu einem Kumpel gehen, der Ahnung von Musiktheorie hat. Und er sagt ihm immer, ja, das ist Fismol, das ist Cismol. Und da nimmst du jetzt lieber den anstatt dem. Und dann hat er auch noch so verschiedene andere Sachen eingespielt. Dann hat er irgendwie eine Kassette gehabt, wo so ein afrikanischer Beatboxer oder so drauf war. Also wirklich eine Kassette, so dieses Musikding aus den 80er, 90ern mit Walkman. So wie früher, das mit dem Bleistift. Genau. Und dann, wo da so einer macht, so düpp, 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 oder so ähnlich. Das hat er drunter gelegt. Dann hat er das noch von einem Drummer, hat er das noch einspielen lassen, dass dann auch der richtige Beat noch dahinter ist und so. Dann, genau, dann hat er zusammen mit einem Bassisten gejammt und hat da so noch irgendwie so eine Bassline gesucht und so. Und sagt er, warte, warte, das ist viel zu cool für eine Bassline, das ist die Melodie. Und dann hat er plötzlich die Melodie für sein Lied gehabt. Also so kam er so eher zufällig zustande, dass er sich immer mit irgendwelchen Leuten am liebsten in seinem Wohnzimmer zusammengesetzt hat und einfach irgendwas gejammt. Und zum Schluss kam das Lied dabei raus. Das ist ja geil, das ist ein kreativer Prozess. Wahnsinn, super. Und so erzählen die in diesem Podcast ihre Geschichten und großartig. Also wie gesagt, trotz GEMA, schöner Podcast. Es gibt so viele Geschichten hinter Musik. Ja. Also da gibt es ja etliche Podcasts auch, die so von den Großen dann, was die so alles erlebt haben auf ihren Reisen und so. Also aber es gibt zum Beispiel eine Story vom Phil Collins, da waren doch diese großen Konzerte für Welthungerhilfe so, da haben sie doch mal so Live Aid, glaube ich, hieß das oder so. Ja, genau. Und da waren ja mehrere Konzerte am gleichen Tag auf der ganzen Welt verteilt und dann haben die den, und der Phil Collins ist, glaube ich, an allen aufgetreten und ist halt mit der Concorde von A nach B geballert. Und auf dem Weg von London nach New York oder so, das war ja nur drei Stunden mit der Concorde, hat er sich ein Kopfhörer aufgesetzt oder so ein Walkman und hat das Lied gehört, das er spielen sollte und hat dann seine Trommeldinger da geübt. Wie nennt man das? Drum, Lines, keine Ahnung. Also das, was er mitspielen sollte, hat er dann über Walkman im Flugzeug geübt. Also das sind ja Storys und ich finde es halt auch, also das, was du jetzt erzählt hast, wie so ein Lied entsteht, also das jetzt ist ja bei jedem so. Ja, und so unterschiedlich. Ja, jeder macht das ja anders. Genau, der eine hat erst den Text und macht dann die Melodie, der andere jammt vor sich hin, hat eine Melodie, spielt da einen Text dazu, also das ist großartig. Krass. Sehr, sehr interessant. Und das sind, also wie gesagt, Künstler, die nicht so sehr bekannt sind, logischerweise alles deutsche Künstler, die erzählen dann halt alles in Deutsch, sind alle bei YouTube zu finden, Spotify und fand ich super. Nee, sowas ist echt immer cool. Vor allem macht es das Lied dann auch viel interessanter zu hören, finde ich. Genau, wenn du weißt, was dahinter steckt und die Idee ist und so, ja, absolut. Es ist ja oft so, wird das ja auch verkannt so, weißt du, aber ich, wenn dann die Leute kommen und sagen, kannst du mal das und das spielen? Wenn die das zum Musiker sagen, Leute, das ist doch kein Radio, das muss geübt werden, bis so ein Lied sitzt, das dauert ewig, ja. Und das kapieren die alle, das sieht halt lässig aus, wenn du das spielst. Aber der Weg dahin, den sieht keiner. Ja. Und dann kommen dann halt diese, wie soll ich sagen, Kriterien. Nee, Leute, die das einfach nicht sehen, diese Arbeit dahinter. Das ist ja nicht umsonst eine Kunst. Ja, das hast du immer, die Leute, die nicht wissen, welche Arbeit hinter der Kunst steckt. Ja, ich weiß. Kenn ich. Cool, Tracks und Traces. Ich habe jetzt gedacht, es wäre irgendwas mit Leichtathletik oder so. Tracks. Also Track und Field ist doch der amerikanische Begriff für Leichtathletik. Das haben wir früher mal beim Atari oder Amautari gedattet. Oh. Da haben wir mir die Joysticks gefetzt, weil wir beim 100 Meter Loch mussten so schnell hinnehmen. Nein, hier geht es um Musiktracks und Spuren. Stimmt. Spuren, die zusammen abgemacht werden. Jetzt, wo du saßt. Cool. Ja. Oh, da würde ich vielleicht auch mal reinhören. Ach ja, genau, was noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ähm, das wird immer nur von einem Künstler erzählt. Du hörst keine zweite Stimme. Das ist kein Interview, ja, das ist ein bisschen, also selbst, ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, du vermisst den Interviewer quasi gar nicht, aber trotzdem erzählt dieser Künstler so, äh, dir die ganze Zeit, wie er das Lied abgemischt hat. Cool. Äh, ist, also, klingt gut, wie gesagt, man, man vermisst den Interviewer nicht, ist gewöhnungsbedürftig, aber, äh, ja. Das ist auch immer eine andere Idee. Genau. Das ist auch immer was Besonderes, ja. Guck mal hier, die Gäber kann auch kreativ sein. Äh, in der Tat. Gibt mittlerweile 30 Folgen, dauern ungefähr eine halbe Stunde und erscheinen alle zwei Wochen. Wusstest du, dass die Leute, die auf ihrer Homepage ihre eigene Musik zum Download anbieten, GEMA-Gebüse zahlen? Ja. Für ihre eigene Musik? Das habe ich mir mitgekriegt, weil ich dachte, ich könnte ja meinen, meinen Kaffeesong, also ich bin ja nicht bei der GEMA gemeldet, aber wenn ich sage, nee, meinen Kaffeesong, wir haben den ja in der letzten Folge mit veröffentlicht. Ja, da könnt ihr auch mal was zu schreiben. Oder, äh, mein, mein nächster Lieblingssong, den ich vor vielen Jahren mal geschrieben habe, zur Hölle mit dem Himmel, habe ich leider keine gescheite Aufnahme von, aber den, äh, spielen wir sehr gerne mit unserer Band. Ähm, kann ich nicht so einfach sagen, von wegen, ja, ja, das möchte ich hier veröffentlichen, weil trotzdem muss die GEMA dann sagen, ja, zahlen wir schön Gebühren. Obwohl du da nicht gelistet bist? Nee, nee, wenn ich gelistet wäre. Ach so, ja. Dann müsste ich, dürfte ich das nicht einfach so. Ja, aber für deinen eigenen Scheiß musst du dann selbst, das, das, das muss man nicht verstehen. Na gut. Ja, aber schon einen Podcast haben sie gemacht. Immerhin. Naja, das sind dann wieder ein paar einzelne, weißt du, die das gut gemacht haben. Die ganze GEMA natürlich nicht. So kriegen wir so einigermaßen die Kurve. Äh, ja, gut, Dracks and Traces. Jetzt, äh, wäre ich dran dann. Ich, äh, habe mir die Krimi-Kiste rausgesucht. Aha. Das ist ein Podcast, der hat mittlerweile fast tausend Folgen. Den gibt es schon seit 2007. Abgefallen. Ja, finde ich echt. Und das, äh, geht, eigentlich geht es um Bücherbesprecherungen, Besprecherungen, Bücherbesprecherungen, Buchbesprechungen, so, so sagt man. Ähm, aber es ist, ähm, überwiegend doch mit Krimis. Deswegen halt auch Krimi-Kiste. Aber der, der allergrößte Teil geht es um Krimis. Und ich finde es halt faszinierend, weil ich glaube, im Moment macht das echt nur eine Frau. Aha. Also es gibt zwar eine Redaktion, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, das sind eins, zwei, drei, vier Leute gelistet. Von den vier sind aber zwei, die keine, ähm, Rezessions-Exemplare mehr annehmen. Und die eine macht eine Pause. Also bleibt eigentlich nur noch die Caro Kruse. Und die hat das seit 2018 übernommen. Mhm. Und davor war die treibende Kraft, die, ähm, ich glaube, die Steffi Rau. Ich müsste das nochmal genauer recherchieren, aber die Namen sind ja schon und Rauch. Man vergisst das ja auch schnell wieder. Jedenfalls, ähm, muss, das sind, ähm, auch Leute mit Hintergrund, also Literaturwissenschaft lässt da eine, auch glaube ich Dozent und die eine ist Journalistin und so und die sind schon, ähm, beschäftigt mit, mit der Materie. Aber die haben da echt hier seit 2007 fast tausend Folgen rausgekloppt. Das Lustige oder Gute ist, die sind halt nicht lang, die sind so vier bis sieben Minuten lang und die sind sehr informativ. Da kann man ein ganzes Buch besprechen? Ja, schon. Indem man einfach nicht spoilert. Okay. Also man kann ja auch allgemein sagen, das Buch ist spannend. Lesen die den Klappentext vor und dann ist es fertig oder was? Ja, so ungefähr, aber naja gut, das dauert ja ein paar Sekunden. Aber die machen schon in dieser kurzen Zeit doch echt Bock auf das Buch. Cool. Also. Das ist auch eine Kunst. Ja, ich finde es echt gut. Wie so Bitch, wie man so sagen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Folge gehört, da habe ich einen Schriftsteller wieder entdeckt, den ich jahrelang vergessen hatte und den ich immer gut fand. Und zwar? Wolf Dorn. Der schreibt super und den habe ich irgendwie, ich habe eine Zeit lang sehr viel von dem gelesen und jetzt durch diesen Podcast ist der bei mir wieder aufgeploppt. Okay. Und der wurde natürlich auch sehr gelobt, das ist ein Thriller-Autor und den fand ich damals schon sehr geil und den habe ich jetzt dadurch wieder entdeckt und da werde ich mir demnächst ein Buch von dem holen und mal wieder einen Wolf Dorn lesen. Ja, schön. Also Inspiration ist da. Und wie gesagt, die machen das halt einfach kurz und knackig. Ich finde es gut. Also wenn du mal auch irgendwie so denkst, so was könnte ich als nächstes lesen? Du kannst entweder durch das Internet scrollen und dich rumblättern bei irgendwelchen Läden oder du schnappst dir einfach diesen Podcast und hast innerhalb kürzester Zeit vier, fünf Buchtipps. und die natürlich auch, wie soll ich sagen, neutraler gehalten sind als so eine bescheuerte Amazon-Rezension. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil auf die gebe ich mal schon gar nichts. Egal ob gut oder schlecht, das ist nämlich Geschmackssache. Ja, und das wird doch schon relativ neutral gehalten hier. Ich finde es als, wie soll ich sagen, als, was lese ich als nächstes Beratung, ist es sehr gut. Cool. Ja, und gerade auch, wenn man natürlich gerne Krimis liest oder so, da kann man sich mal kurz, ja, wie so eine Mini-Rezension eigentlich abholen, aber jetzt auch nicht irgendwie so assi so. Also wenn ich jetzt demnächst wieder ans Lesen komme, dann weiß ich, wo ich mir Inspiration hole. Ja, erst einmal liest du mal mein Buch dann. Genau, erst lese ich das mit Diana, dann lese ich deine Bücher. Ich habe ja noch ganz viele von dir im Regal. Alle mit Widmung. Alle nicht gelesen. Alle nicht gelesen. Aber insgesamt gibt es, glaube ich, sogar über 1500 Folgen, sehe ich gerade in meinen Notizen. Hä? Und es ist Non-Profit. Also die machen es zum Spaß. Cool. So wie wir. Soll es geben, ja. Wir machen es nämlich auch zum Spaß und weil wir Podcasts lieben. Deswegen, also es gibt hier zum Beispiel ein Buch, Miets Marple und die Kralle des Bösen. Wird hier vorgestellt. Ist das eine Verballhornung von Miss Marple? Ja, es ist ein Tierkrimi. Oh, ah, oh. Ich hasse Tierkrimis. Och, die können ganz lustig sein. Aber da gibt es auch einen Wurzen dabei und einen Florian Silberschweif. Man merkt jetzt nicht, dass ich, also Tierkrimis finde ich ganz schlimm. Aber scheinbar gibt es da einen Markt für, gell? Ja. So Filidaldaldeddingsterbomster. Genau, Fehlidee. Fehlidee? Fehlidee. Kann ich nicht aussprechen. Aber gut, wer es mag. Meine Güte, wir wollen ja nichts schlecht reden hier, ne? Carter Winston kann ich auch sehr empfehlen. Carter Winston. Ja, sehr süß. Ich habe die als Hörbücher. Ist eigentlich ein Kinderbuch. Aber hier ist zum Beispiel auch ein Exot dabei, hier aus Japan. Oh. Die Oasawa-Morde von Riku Onda. Man soll die Asiaten nicht schätzen. Ne, habe ich schon mal von dem Buch gesprochen. Habe ich auch nur als Hörbuch gehört. Also die drei Sonnen. Ja, und ihre Gruselfilme, die sind ja wohl. Nein, nein, nein. Das ist ein Science-Fiction-Roman und der ist echt, echt gut. Da geht es um einen Planeten, der in einem Sonnensystem sich befindet, der halt drei Sterne hat. Wir sind ja in einem Sonnensystem, wir umkreisen nur diesen einen Stern. Das ist ziemlich einfach. Das ist ganz einfach, da kreisen acht Planeten drumherum und gut ist, die beeinflussen sich alle so ein bisschen, aber ist nicht weiter schlimm. Man kann die Bahn vorher berechnen, alles cool. Wenn du jetzt aber so drei Sterne hast und dann kreisen da auch noch Planeten drumherum, ist das ein chaotisches System. Okay, deswegen heißt das Buch auch im Englischen, ich weiß natürlich nicht, wie es im chinesischen Original heißt. Im Englischen heißt Three-Body-Problem, weil das physikalisch gar nicht so einfach ist, wie man so drei, eben diese drei Körperprobleme, wie man drei sich bewegende Körper, wie die sich gegenseitig beeinflussen und es ist eher so Chaos, was dabei rauskommt. Also es ist sehr, sehr schwierig da voraussagen. Stell ich mir sehr interessant vor. Ja, und deswegen ist dieses Buch auch, also das Hörbuch habe ich gehört. Super. Ja, nur so viel dazu. Vielleicht haben die das ja auch mal besprochen, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt auch ein Hörbuch draußen. Kannst du dir ja vielleicht schon mal mein Hörbuch anhören, damit wenigstens einer es hört. Ist von dir gelesen? Ja. Dann habe ich noch deine Stimme im Ohr. Voll die Arbeit gewesen. Ich habe da Monate dran gesessen. Ich weiß, ich habe mal versucht, für ein Marco ein Buch einzulesen. Aber? Ich habe es nur halb geschafft, weil es so viel Arbeit ist. Das ist voll anstrengend, gell? Ja. Das ist brutal. Ja. Ja, wieder was gelernt. Aber ich habe ein Hörbuch. Gut. Okay, das war die Krimi-Kiste für heute. Ich wirklich gesagt, also wenn ihr jetzt echt denkt, ach, was könnte ich mal als nächstes lesen, einfach mal reinhören, fünf Minuten und dann hat man einen Buchtipp. Cool. Einen fundierten. Ja, merke ich mir. Ja. Gut. Schön. Das heißt, wir sind beim ... Der Glücksscheißer der Woche. Ja, was hast du uns denn heute mitgebracht, liebe Tina? Also, da bin ich mal wieder zufällig drauf gestoßen. Und zwar, ich kannte diesen, so ein Meme in den sozialen Netzwerken, was ich auch ganz treffend fand. Das ist so als Comic. Ich habe hier mal so eins exemplarisch reingehängt in die Sendungsnotizen. Da sieht man so einen netten Waschbär. Wenn du das Gefühl hast, alle hassen dich, dann geh schlafen, weil dann hast du nämlich Schlafmangel. Und wenn du das Gefühl hast, du hasst alle Leute, dann isst was. Dann hast du Hunger. Dann bist du hangry. Und da gibt es tatsächlich eine Studie zu, die das bestärkt. Und zwar haben sie Studienteilnehmer verglichen, die die eine Seite durfte ganz normal ihre sieben, acht Stunden schlafen und die anderen hatten eine Nacht ohne Schlaf. Und dann haben sie nach dieser Nacht mit oder ohne Schlaf, haben sie den Leuten erstmal so einen Eye-Tracker aufgesetzt und haben denen Fotos von verschiedenen Menschen vorgelegt und haben gesagt, die müssen jetzt bewerten, wie gucken die freundlich, unfreundlich, wütend, sind die unattraktiv, attraktiv oder so. Und dann konnte man sehen, dass die Leute, die unter Schlafmangel litten, die Fotos weniger intensiv angeguckt haben und die Fotos dementsprechend anders bewertet haben. Die haben zum Beispiel gesagt, dass Leute, die neutral oder ein bisschen traurig gucken, haben sie gesagt, die sind unattraktiv. Oder Leute, die, was haben sie als wütend eingestuft? Also die haben auf jeden Fall, die haben die Leute tendenziell schlechter eingestuft und haben sich, wie gesagt, nicht so intensiv mit dem Gesicht beschäftigt. Das konnte dann im Eye-Tracker nachgewiesen werden. Und haben dann automatisch drauf geschlossen, die sind alle scheiße. Ich hasse Menschen. Und die Menschen hassen mich vor allem, deswegen hasse ich euch alle. Und was ich echt sau interessant finde, dass das so zutrifft, dass man das in der Studie nachweisen konnte. Ja, es gibt so Sachen, da braucht man eigentlich nicht unbedingt Studien für. Naja, das sind so eine Art Binsenweisheiten, aber wenn das auch noch durch wissenschaftliche Studien, ich suche ein anderes Wort, egal, Experimente nachgewiesen. Dann ist das ja umso cooler, wenn das auch noch bestätigt wird. Ich fand das auch mal geil. Es gab mal eine Meldung, die deutschen Autoversicherer haben die Quoten festgelegt für das Jahr, das ist schon ein paar Jahre her. Und die schlechtesten Autofahrer sind in Offenbach. Und dann dachte ich mir, Leute, das hätte ich euch wohl die Hälfte vom Geld gesagt. So wie zum Thema Studien. Aber das schicke Bild hier, das versuche ich in die Show Notes reinzubasteln, Chance klappt. Aber es ist, also mein einer Sohn, der wird auch immer hangry. Hangry heißt das, gell? Also wenn du nichts zu essen kriegst, Kodennacht. Da musst du in Deckung gehen. Du bist nicht du, wenn du hunger hast. So ist es. Ach genau, wütende Gesichter wurden als wenig vertrauenswürdig eingestuft. Wenig? Ja gut, macht Sinn. Naja, aber um von wütend auf wenig vertrauenswürdig zu schließen. Stell dir vor, du guckst dir so ein Bild an. Ich habe jetzt sehr wütend geguckt. Eigentlich nicht. Egal. Eher komisch. Eher so, Tina, alles gut? Dann würdest du dir das Bild angucken, so ganz ausgeschlafen so. Guckst dir das an, guckst dir die Mimik an und sagst, ja, dieser Mensch ist wütend. Und die Leute mit Schlafmangel sagen so, ich kann ihm nicht vertrauen. Also wer Schlafmangel hat, wird paranoid. Eigentlich auch eine Schlussfolgerung. Ich habe auch mal aus Versehen bei so einer, naja, in der Studie, bei einer Marktforschungsanalyse oder so, da ist irgendeine Werbung von der VGF in die Binsen gegangen und die wollten wissen, warum. Oder mein Nova oder sowas war das. Da habe ich einen Brief gekriegt und dann haben die gesagt, wenn du kommst, kriegst du 50 Euro. Und dann bin ich da hinten und dann saßen so andere und da war so ein Typ und der hat uns so Bilder gezeigt und hat dann gesagt, ja, was können sich da drunter vorstellen, bla bla bla. Und dann gab es noch ein paar Brötchen hin und her. Und dann haben wir, ohne es irgendwie zu wissen, über den ihre Werbekampagne gesprochen. Ja, das ist genau der Trick bei den Studien, dass du nicht weißt, worüber du sprichst. Die haben uns nicht gesagt, worum es geht, die haben uns halt nur diese Bilder gezeigt und haben dann die entsprechenden Fragen gestellt. Wie so, naja, was fällt Ihnen dazu als spontan ein und so. Ich habe das auch gar nicht gemerkt, dass ich da irgendwie, das war schon ganz gut gemacht. Dann sind die richtig gut aufgezogen, weil sonst hast du ja irgendwie so ein Vorurteil oder eine Voreinstellung und sagst, oh, das muss ich jetzt sagen. Das war schon echt cool. Und was ich auch nicht gemerkt habe, wir waren unter Beobachtung im Nachbarraum, das war so ein Verhörzimmer. Und im Nachbarraum waren Leute, ja, ohne Scheiß. Auf einmal kam dann einer rein, hat dann gesagt, ja, danke, das langt uns jetzt hier und dann hat er aufgeklärt. Wie cool. Und dann hat jeder seine 50 Euro gekriegt und auf der Heimfahrt bin ich geblitzt worden. Super, hast du 50 Euro gekriegt? Und die 50 Euro kann ich da weg, da habe ich gerade wieder an die Stadt zurückgewiesen. Scheiße. So schließt sich der Kreis. Ja, das Geld ist ja nicht weg, das hat nur jemand anders. So, gut, aber du musst durchziehen. Genau, machen wir weiter mit den Podcasts. Und ich wollte eigentlich was anderes vorstellen. Der Philipp hat uns mal wieder eine lange Liste geschickt. Oh ja, danke Philipp. Philipp, du musst aufs nächste Mal warten. Ja, ich glaube, der hat auch Schlafmangel. So viele Podcasts, wie die haben sie mir vorschlägt, zu machen. Ich habe nämlich was anderes zufällig gefunden. Und zwar ist das eine Moderatorin aus der Sendung Hund, Katze, Maus von VOX, die Kate Kitchenham. Ich binge ja seit Januar irgendwie alle Folgen von Hund, Katze, Maus weg. Weil die Welt ist so schlimm und schlecht und ich gucke mir einfach jeden Abend so ein, zwei, drei Tier-Sendungen an. Tiere sind schön. Ja, das bist du aus dem Moment. Genau. So, und jetzt hat seit Anfang 2021 hat die Kate Kitchenham übernommen. Und diese Frau ist Verhaltensbiologin. Also die hat Ahnung von dem, was sie tut. Die sagt nicht einfach nur, ich habe einen Hund zu Hause und weiß, wie der bellt. Verhaltensbiologin. Die hat, das studiert Verhaltensbiologie und noch irgendwas. Okay. Und weiß, warum Hunde sich verhalten, wie Hunde sich verhalten. Und was auch ganz großartig ist in diesen jeweiligen Folgen oder in manchen Folgen stellt sie dann auch, also ich bin jetzt immer noch bei Hund, Katze, Maus, stellt sie dann auch die Studien vor, die mit Hunden gemacht wurden. Und jetzt hat sie einen Podcast aufgezogen, zusammen mit, ist sie auch Moderatorin? Madita von Hülsen. Madita von Hülsen. Ich finde diese Namen so cool. Madita von Hülsen und Kate Kitchenham. Ach, das ist doch echt klingt. Die klingen wie Künstlernamen. Ja. Auf jeden Fall zieht die Kate sich eben alle möglichen Studien an Land. Es gibt immer mehr Studien, die mit Hunden durchgeführt werden und spricht dann in diesem Podcast darüber. Ich habe den Titel immer noch nicht erwähnt. Und der heißt vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Und das ist nicht nur ein Podcast über, wie erziehe ich meinen Hund, sondern eigentlich geht es da mehr darum, über das Zusammenleben mit Hunden. Also ich weiß, dass wir nicht so viele HundehalterInnen unter unseren HörerInnen haben, aber ich… Vielleicht im Ausland. Vielleicht im Ausland, genau. Und ich fand das super interessant. Ich habe, seit ich da das erste Mal reingehört habe, als ich dann gemerkt habe, dass die Kate Kitchenham einen Podcast hat, konnte ich nicht mehr aufhören, habe mir eine Folge nach der anderen angehört. Und ja, das ist, wo fange ich an? Also zum Beispiel, so ein bisschen Notizen habe ich mir noch gemacht. Immerhin. Zum Beispiel hat sie, um auch zu wissen, was im Gehirn von Hunden vorgeht, muss man die ja ins MRT schieben. Und du warst ja auch schon beim MRT, du weißt, da muss man 20 Minuten lang still liegen. Jetzt bring das meinem Hund bei. Süß. Genau, Platz und Bleib. Bleib. Und dann freut er sich und wedelt mit dem Schwanz. Ah, scheiße, Bild kaputt. Und die haben das tatsächlich geschafft. Es gibt wohl zwei Forschergruppen, die das geschafft haben, einem Hund das beizubringen, so nach und nach, wirklich bis zu acht Minuten komplett stillzulegen und sich nicht zu bewegen. Und die haben das so als geiles Spiel für den Hund dargestellt, dass der Hund dachte, das ist jetzt voll das Geilste hier, was ich mache und ich kann ruhig und still liegen. Und dann konnten die halt wirklich gucken, was in dem Gehirn vor dem Hund vorgeht. Und dann… Und was geht davor? Ja, pass auf, erst noch… Doch, jede Menge. Ja, ja, ja. Und dann reicht ja nicht nur ein Hund, um so eine Studie durchzuführen. Du brauchst ja wirklich ein paar, um das auch zu bestätigen, dass das bei allen Hunden so ist. Und es wäre ja jetzt sau anstrengend, jedem einzelnen Hund das beizubringen. Aber Hunde lernen ja auch durch Beobachtung. Dann haben die den anderen Hunden quasi vorgeführt, so, guck mal, was dieser Hund Geiles kann. Der kann acht Minuten still im MRT liegen. Und die anderen Hunde so, cool, das will ich auch. Das haben die nicht mit unserem gemacht. Mit unserem auch nicht. Weil wegen Hirnströmen manchmal, der guckt aus dem Fenster, denke ich, komplette Leere. Komplette Leere. Das ist Wahnsinn. Das ist beneidenswert vor allen Dingen, finde ich. Auf jeden Fall haben die das geschafft und sind da so großartig mit den Hunden und dass die dann auch ins Gehirn gucken konnten. Und dann ging es nämlich darum, wie viele Worte, menschliche Worte können Hunde verstehen. Und die genaue Zahl weiß man noch nicht, aber es sind verdammt viele. Du kennst ja auch den, es war wohl bei Wetten, dass, der Border Collie, der aus 70 Spielzeugen jedes beliebige raussuchen konnte. Und, also er hat 70 Spielzeuge, wusste von jedem einzelnen Namen. Und dann haben die noch eins dazugelegt, was er nicht kannte. Und dann haben diesen Namen gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, die 70 kenne ich alle das nicht, also muss es wohl das sein. Da haben sie zugegeben, das kann nur der Border Collie, also, oder, oder Hunde mit dem Level. Also das, wir haben ja einen sehr schlauen Schäferhund, der kann das nicht. Der kann doch nicht mal zwei Wörter unterscheiden. Ich habe es versucht, ich habe ihm versucht, zwei verschiedene Spielzeuge beim Namen zu nennen. Er hat mir einfach immer das gebracht, worauf er gerade Bock hat. Ja gut, unserem ganzen ist auch nicht mal. Ja, der hört ja auch nichts mehr. Stimmt, kommt noch dazu. Macht die Sache ein bisschen schwieriger. Und was die jetzt im MRT herausgefunden haben, als die gucken wollten, wie der Hund menschliche Sprache verarbeitet ist. Man sagt ja, du kannst dem Hund alles sagen, die Stimme, die Stimmlage ist wichtig. Ist nicht ganz richtig. Die Stimmlage wird in der einen Gehirnhälfte verarbeitet, die Worte in der anderen. Und der Hund merkt das, vorausgesetzt er kennt die Worte natürlich, wenn das Wort nicht zu der Stimmlage passt. Also, wenn du immer deinen Hund lobst, fein gemacht und super und hallo. Und sagst dann auf einmal, toll, super. Und dann sagt der Hund, Moment, was soll denn das hier? Das finde ich faszinierend. Also, ich wusste, dass Hunde viel verstehen. Auch wenn ich unseren Hund, der zwar eigentlich ein schlauer Schäferhund ist, aber für einen Schäferhund eher so Level Kevin. Ein Alpha Kevin. Was in diesen Hundeköpfen doch alles vor sich geht, das ist faszinierend. Cool. Und da redet die halt ganz viel drüber. Natürlich geht es auch um Hundeerziehung. Und wie bringe ich dem Hund Fußlaufen bei, an der Leine, nicht an der Leine ziehen, blablabla. Logisch. Aber was sie macht, sie bringt halt wirklich immer die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft rein. Und das finde ich großartig. Stell dir vor, dein Job ist das. Super. Geil, muss denn das sein? Ja. Verhaltensforschung am Mund, oder? Ach, traumhaft. Was ist das? Ich glaube, ich habe doch noch meinen Traumjob gefunden. Wie nennt sich das Dingsbumsbiologie? Verhaltensbiologie. Das ist cool. Und die aktuelle Folge zum Beispiel heißt Mythen in der Hundeerziehung, Teil 1. Und da geht es nicht darum, tunkt dein Hund nicht mit der Nase in seinen Pipi, damit der Stuben rein wird. Das wissen wir mittlerweile alle, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Sondern was anderes, was man immer sagt, ist, wenn man den Hund alleine zu Hause lässt und kommt wieder nach Hause, dann darf man nicht darauf reagieren, wenn der Hund sich freut. Völliger Bullshit. Der Hund denkt dann, Alter, wieso darf ich dich nicht begrüßen? Ja. Also das habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Nee. Ich freu mich doch auch, wenn ich den sehe. Richtig. Du freust dich auch, wenn du siehst. Und so ist es auch im Hunderudel, in Rudeln, die zusammenleben. Die gehen dann tagsüber allein auf die Pirsch. Und wenn ihr sich dann abends alle wieder zusammen treffen und dann begrüßt auch der Rangniedrigste den Ranghöchsten und umgekehrt. Das gibt es überhaupt nicht, dass man sich nicht gegenseitig begrüßt. Aber guck mal, wenn ich einen scheiß Tag habe, komme nach Hause und der kleine Kerl kommt mir entgegen, ist doch alles vorbei. Genau. Ist alles gut. Richtig. Und vor allem, es ist ja voll unhöflich. Das ist ja wie wenn du deinen Freund irgendwo in der Stadt triffst. Ja. Und läufst dann eben vorbei. Nein, ich darf dich nicht begrüßen. Denkt er auch, Alter, was geht mit dir? Ja gut, es wäre ja auch blöd, wenn man sich gegenseitig am Geschlecht riechen würde. Ja. Auch. Ich war ja wieder wandern. Da war so ein ganz aufdringlicher eben. Hund oder Mensch? Hund. Ich war in den Stülbenfällen. Das ist so eine Klammschlucht-Ding. Also es ist jetzt keine richtige Klamm. Es ist so eine Mischung aus beidem. Und ich laufe da und auf einmal höre ich so hinter mir so, wenn ich so voll erschrocken gehe, so fuck, wieso? Weil meine war vor mir. Und von hinten kommt, da springt gleich an, eins knickt. Und da kam da so ein superfreundlicher Labrador. Ja, der war echt süß. Aber der ist dem Charlie die ganze Zeit am Arsch lang. Egal wo der hängt, alles hinterher. Das merken die Labradore halt nicht. Wenn der andere Hund keinen Bock drauf hat, die Labbis sind so. Ja, der Charlie hat irgendwann so, hör jetzt mal auf, meine Damen und Herren. Hat ihn da alles angekostet. Er hat gesagt, hey, jetzt aufs Nervt. Was richtig gemeint, wie er immer pissiger wurde. Und er hat ab und zu mal wieder zusammengestaucht. Und dann hat er sich auf den Boden gelegt. Und dann ging es wieder los. Als nenn ich so, oh, dann hast du gesagt, jetzt musst du was tun, der arme Kerl. So, hab ich versucht, den da wegzukriegst. Du kriegst den nicht vom Arsch, gell. Das gibt's überhaupt nicht. Als wieder. Und irgendwann kamen die dann, die Leute, nach was weiß ich, wie vielen Minuten bestimmt. Das ist halt auch unhöflich dann von denen. Ja, der war halt auch ewig weit weg. Ja, und der war noch anderthalb, war der oder so. Da lässt man den nicht laufen. Ach gut, egal. Jedenfalls kam dann die Frau. Ja, aber genervt hat er nicht. Und dann sag ich, doch. Doch. Und die so, oh, Entschuldigung. Und dann, wenn du die Krönung kam, da gibt's so eine Stelle, wo die vom Canyoning immer ins Wasser springen. Da ist so ein kleiner Dom quasi. Und da ist es ein bisschen tiefer. Und da kannst du von so einem Felsen da reinspringen. So, entweder schreien die Mädels oder die Jungs finden sich ganz geil. Ich komme um die Ecke, stehen zwei Nackte auf dem Felsen. Zwei nackte Kerle. Mädels oder Jungs? Jungs. Mädels machen sowas nicht. Zwei nackte Kerle, oben auf dem Felsen und unten einer mit der Kamera. Da hast du genau gewusst. Und irgendwann dachte ich mir, vor 25 Jahren hättest du da gestanden. Ja, ist so. Immerhin gleich die Kerle. Der eine noch gewungen. Hallo, ich zurückgewungen. Ist das mit den jungen Hunden. Ja. Das zum Thema Hunde. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Der aufdringliche Labrador. Genau. Genau, und wie gesagt, so Mythen in der Hundeerziehung. Gibt ihr auch Erziehungstipps? Ja, selbstverständlich. Aber richtig gut. Und vor allem, was sie auch sagt, was auch total wichtig ist, wo ich mir ja jetzt seit über zwei Jahren den Kopf mache, ist, oh mein Gott, ich muss den ganzen Tag dem Hund gerecht werden und muss mich die ganze Zeit um den Hund kümmern und er muss ausgelastet werden. Und wenn ich mal einen Scheißtag habe oder einfach keine Zeit und dann denke ich, oh mein Gott, ich habe mich nicht ausreichend um den Hund gekümmert. Und sie sagt da ganz klar, ey, Leute, wir haben auch noch ein Leben. Und manchmal kommt auch das Leben dazwischen. Und dann können wir uns gerade nicht um die Hundeerziehung kümmern. Und sie bringt das so schön rüber. Und das ist alles so menschlich und so alltagstauglich. Also ganz herzlichen Dank, liebe Kate. Großartig. Ganz toll. Kann man aber auch aufs menschliche Leben übertragen? Ja, natürlich. Sowieso. Aber bei mir spielt der Hund so eine große, übergeordnete Rolle. Wie oft rufst du deine Eltern so an? Ich möchte nicht darüber reden. Das ist aber eh nicht. Weißt du? Am gewissen Alter hat man nicht mehr so viel zu tun. Aber in einem anderen Alter hat man halt sehr viel zu tun. Und anrufen ist keine Eibarnstraße. Ja, aber die Kate plädiert halt dafür, mach dir kein schlechtes Gewissen, wenn du gerade mal nicht kannst. Ich kann nie. Das ist normal. Das ist menschlich. Ich habe gerade Zeit. Es geht immer noch um den Hund. Für den Hund habe ich immer Zeit. Siehste. Ich bin ja auch mein kleiner Freund. Außerdem kann der, das sagt die Conny immer so schön. Der ist ja abhängig von uns. Ja, eben. Das ist es ja, warum ich mir immer so Vorwürfe mache, wenn ich mich mal nicht um den Kümmer konnte. Naja, um einen Tag oder so. Das würde ich schon überleben. Wir haben die Verantwortung für dieses Wesen übernommen. Für dieses große Kalb. Muss man jetzt durchziehen. Also vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. 37 Folgen, etwa eine halbe Stunde und erscheinen mittlerweile alle zwei Wochen. Das fand ich auch so nett in der einen Folge. Die Madita ist wohl vor kurzem Mama geworden und hat sich so rechtfertigen müssen in einer Folge. Oder sie hatte das Gefühl, rechtfertigen zu müssen. So, oh, liebe Hörerin, Hörer, ich kann leider nicht mehr jede Woche aufnehmen. Wir müssen jetzt auf zwei Wochen runtergehen. Also wer da kein Verständnis für hat, sorry. Den brauchen wir auch nicht. Ich finde nicht, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Nee. Also Chapeau, dass sie es trotzdem noch hinkriegt, alle zwei Wochen Podcast zu machen. Eher das. Mit einem kleinen Kind. Ja. Ja. Also ganz herzensnetter Podcast. Liebe ich total. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Ja. Ja, dann haben wir ja noch ein paar Folgen. Ja. Bei sieben, drei Folgen. Cool. Okay, ich habe noch was. Das nennt sich Boing. Boing. Boing, der Podcast. Boing kommt von einer Stand-up-Bühne aus Köln. Die heißt auch Boing. So ein Keller, so ein Comedy-Keller. Und der, ich weiß nicht, ob er der Besitzer von dem Club ist, aber auf jeden Fall ist er da. So was wie der Intendant. Und das ist der Manuel Wolf heißt der Mann. Ich hätte fast gesagt Manuel Gäste. Ja, wohl ich war auch kurz davor. Der Podcast lädt Manuel Gäste ein. Ja, Manuel lädt einmal Gäste ein. Ich hatte gestern Abend eine Lesung in Rödermarkt und habe einen Satz gelesen und den habe ich nicht verstanden. Aus deinem eigenen Buch. Ja. Und ich so, ach, das passiert mir total oft. Aber wenn du den dann weiterliest, macht der einen Sinn. Aber in dem Moment hatte ich so, Alter, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich so, wer hat denn das geschrieben? Weißt du, ich mache das dann ja, weil ich komme ins Stocken und um diese peinliche Situation zu überspielen, mache ich halt so Selbstverarschung. Also ich so, wer hat denn Scheiß geschrieben? Aber dann gucke ich mir das an und denke ich so, ach, da geht es noch weiter. Okay, ja gut, macht doch Sinn. Also der Satz hat doch Sinn gemacht. Aber am Anfang war ein bisschen doof. Und ich gucke hier die Notizen und nehme nur Manuel und dahinter steht Gäste. Ja, witzig, dass uns gerade beiden so ging. Aber es ist der Manuel Wolf aus Gölle und der ist, eigentlich ist er, glaube ich, Musiker von Haus aus und hat aber da irgendwie so Stand-up, ist er da reingerutscht mehr oder weniger und hat jetzt diese Bühne, Boing. Und ja, und in der Pandemie hat er jetzt angefangen, da so einen Podcast zu machen. Und da lädt er sich andere Comedians zum Talk ein. Aber nicht, damit die sich gegenseitig Witze erzählen, sondern die reden ernsthaft. Die reden über die Szene, was es heißt, überhaupt Comedian zu sein, was ist überhaupt lustig, wie schreibt man ein Programm und, und, und. Und erzählen auch so ein bisschen Backstage, was da so passiert. War das ein angemessenes englisches Wort oder habe ich mich jetzt selbst wieder… Was, Backstage? Hinter der Bühne. Hinter der Bühne. Ja. Und da gibt es auch Workshops, also der versucht sich mit Comedy quasi zu ernähren. Vermutlich funktioniert es, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er unbedingt mehr zählen kann. Und der lädt sich halt Stand-up-Comedien ein. Aber das sind jetzt nicht so die, die du kennst. Also der Bekanntste war Lutz van der Horst und der ist von der Heute Show. Ja. Und der andere war der, ich kann es nicht aussprechen, ich habe es mir irgendwo hingeschrieben. Wer ist der Mensch? In Lautschrift oder was? Maxi Stettenbauer. Achso. Oder… Baden? Egal. Ach, den kennt man, wenn man den sieht, kennt man den. Ich bestimmt nicht. Ja, gut, du bist ja auch nicht normal. Also das sind so die zwei, die ich wirklich kannte. Also das ist jetzt. Und der Bruder von der Carolin Kebekus. Aber der ist… Ich habe schon mal gehört. Der ist aber eher, wie nennt es, Gag-Schreiber und Regisseur für Comedy-Shows und so. Also der schreibt wohl auch für die Heute Show und für Samstag hat er schon geschrieben und lauter so Sachen halt und für was noch. Aber der scheint auch ganz gut da so im Gag-Schreiben drin zu sein. Aber der macht auch Stand-Up. Wusste ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Und die hat er dann da und mit denen redet er eigentlich so, ja, so von Freund zu Freund oder von Bekannten zu Bekannten. Dann hatte er immer so eine, die fand ich eigentlich super witzig. Die war so trocken, so ein bisschen, so auch ein bisschen derber trocken. Und die war halt auch so ein bisschen politisch unkorrekt. Aber die konnte der nicht leiden und du hast es gemerkt. Also da war eine ganz komische Stimmung. Aber irgendwie hat die Frau das echt geil pariert. Weil der hat die immer dann so gesagt, warum machst du denn das und das? Und dann hat die, oh, ich wollte da Lust drauf haben. Also die hat den voll auflaufen lassen. Das verstehe ich dir ganz geil. Aber es war jetzt nicht böse. Also es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, oh, jetzt wird es unangenehm. Okay. Du sagst jetzt, du sprichst die ganze Zeit von Comedians. Hier in unserem Manuel lädt Gäste ein, die er interessant findet. Und die was zu erzählen haben. Das klingt dir eher so, wie er lädt alle möglichen Leute ein. Nee, nur Comedians. Okay. Ja. Also die Szene quasi ist bei ihm zu Gast. Ja, die Szene. Ja, und die ist scheinbar ganz schön groß. Also er hat jetzt über 60 Folgen. Ja, Wahnsinn. Ja, lustig fand ich halt. Ganz am Anfang hat er gesagt, ja, ihr könnt hier Werbung machen im Podcast. Und jetzt ist er halt bei Steady. Ja, super. Das finde ich halt immer so traurig. Ja, ihr könnt Werbung machen. Und irgendwann entscheidet man sich dann halt für Steady. Und ja, soviel zu Thema Werbung. Leute, nochmal mit Podcast lässt sich kein Geld verdienen. Für uns nicht. Erinnerst du dich an, da habe ich ganz am Anfang vorgestellt, Stimmen im Kopf? Die macht True Crime und Mystery Podcast. Die ist jetzt seit Mai tatsächlich Podcasterin hauptberuflich und lebt davon. Die macht aber auch sehr viel Werbung in ihrem Podcast. Ja, ist doch scheiße. Ja, ich weiß. Ja, aber ich bin da sehr zwiegespalten. Ja, ich weiß. Es gibt ja mittlerweile auch Firmen, die das professionell produzieren und so, aber. Die ganze Podcaster-Szene ist da sehr zwiegespalten. Ja. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du ein Promi bist oder so, dann macht das eher Sinn. Weil, nee, macht es nicht. Nee, auch nicht. Ich meine, dann kennen dich die Leute und du quatschst einfach noch mehr und die Leute hören dir noch mehr zu. Keine Ahnung. Erinnerst du dich an, ich glaube, das war das Fazit unserer ersten Staffel, als ich gesagt habe, oder, nee, das war, glaube ich, der Anfang, was erwarten wir von unserem Podcast. Ich habe gesagt, ich möchte reich und berühmt werden. Hast du gesagt? Nein, berühmt. Ich glaube, ich habe gesagt, ich wollte berühmt werden. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. Ja, berühmt sind wir ja. Wir sind in, ich kann es ja mal durchzählen, Lenders. Gut, manche haben nur einen Abruf. Es kann natürlich auch sein, dass die sich einfach mal verklickst haben oder so. Vielleicht war auch jemand im Urlaub und hat da den Podcast runtergeladen. Egal, ist doch cool. Und weil das gerade eine thailändische IP-Adresse war. Also, ich finde das total interessant. Ja, wir arbeiten daran. Und uns ist ja, unsere glücklichen HörerInnen sind ja unser Lohn, wenn wir Leute auf schöne Podcasts aufmachen können. Genau, darum geht es uns ja. Ja, aus Liebe zum Podcast ist unser Untertitel. Und zwar nicht zu knapp. Okay. Und sogar unbekannt. Irland, Uruguay, Slowakei, Russland. Also, das ist schon interessant. Also gut, jetzt, wo so ein paar Downloads sind, es kann natürlich ein Unfall gewesen sein. Aber Italien ist schon kein Unfall mehr oder Vereinigte Staaten. Südtirol, die sind ja deutschsprachig quasi. Echt, Leute, schreibt uns das. Komm, spieg mal über euren Schatten und sagt mal, wo ihr uns hört. Das interessiert mich brennend, warum man uns im Ausland hört. Gerade so Länder wie Ägypten oder so. Oder Belgien. Vor der Pandemie hätte ich gesagt, das sind alles die Kreuzfahrttouristen, die sich während der Kreuzfahrt mit einer ägyptischen IP-Adresse den Podcast runterladen. Ich habe keine Ahnung. Nee, sag es uns, bitte. Das ist voll unromanisch, was du da gerade sagst. Macht uns schlauer, liebe Hörer, liebe HörerInnen. Ja, bitte. Interessiert uns. Also, wir haben sogar eine richtige Fangemeinde in Österreich. Sag ich jetzt einfach mal. So nach den Zahlen her. Echt schön. Vielen Dank. Wir empfehlen ja auch schöne österreichische Podcasts. Genau, die sind auch super. Also, da habe ich schon einige Perlen gefunden. Ja, österreichische Podcasts. Soll ich sagen. Aber zurück hier zum Boing. Boing. Die Comedy-Szene. Ja, ich war aber eigentlich schon durch. Nee, ist sehr unterhaltsam. Also, der Typ ist auch sehr witzig und sehr ehrlich auch. Also, der nimmt jetzt kein Blatt vom Mund. Und der geht auch mal dagegen, wenn ihm was quer sitzt und so. Und ich finde es halt auch mal interessant zu sehen, dass das auch Comedy-Arbeit ist. Ja. Da wird auch sehr viel drüber gesprochen, wie die ihre Gags entwickeln und ja, was sie zu erleben und welche Tiefschläge und so halt. Und es gibt es ja überall in dieser Branche, dass du da echt auch mit Tiefschlägen umgehen musst. Umgehen musst? Heißt das so? Mhm. Okay. Hört sich blöd an. Egal. Also, sehr interessant, wenn man mal wissen will, was hinter den Kulissen von dem ach so lustigen Comedy-Bereich abgeht. Weil es ist nicht immer alles lustig. Und Schlager ist auch nicht immer heile Welt. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, das ist schon. Totschlag. Das sind so wie Reiterhöfe. 300.000 Treffer bei Reiterhof und Mord. Mehr muss ich jetzt nicht sagen. Jo. Damit wären wir schon wieder durch. Oder? Täusche ich mich. Ja, aber wo du gerade Reiterhof sagst, ich muss nochmal den Bogen zum Anfang schlagen, dass du mich gefragt hast, ob ich dein Buch gelesen habe und als wir von deiner Lesung erzählt haben. Meine Aufmerksamkeitsspanne reicht so weit, dass als du vorgelesen hast und, warte mal, wie war das? Und dann hast du von dem Peter, wie hieß er noch? Freiwald. Genau, Peter Freiwald erzählt. Und dann, und der war ja verschwunden und dann auf einmal haben die den irgendwo zusammengeschlagen, verletzt irgendwo gefunden. Und ich frage meine Sitznachbarin, hä, da ist er doch, wieso ist er verschwunden? Und sie zu mir, ja, das war der Zeitsprung, der hat doch gesagt, das ist jetzt ein paar Jahre zuvor. Ach so, ich hatte das voll verpeilt. Das war der Vorfall. Ja, das habe ich ja dann später auch verstanden. Du bist lachend, das ist aus dem echten Fall. Ich weiß, ich wollte nur noch mal deutlich machen, wie kurz meine Aufmerksamkeitsspanne ist, warum ich gerade keine Bücher lesen kann. Dann musst du jetzt, hier, wir müssen mal wieder Werbung für mich machen, auch wenn die Conny dann wieder meckert. Aber am 27.05., da ist der Podcast schon eine Woche alt und da haben wir eigentlich alle Hörer erreicht, mehr oder weniger. Am 27.05. in der Obermühle in Niedererlenbach gibt es ein Kurzgeschichtengewitter von mir. Oh. Das ist sehr zu empfehlen, muss ich wirklich sagen. Ich habe das am Samstag das erste Mal getestet in Schmitten, das kam sehr gut an. Okay. Und da sind Sachen dabei. Ach, gottche, Spaßlotsche zum Beispiel. Oder das Tagebuch einer Eintagspflege, selbst erklärender Titel. Ja, das Baumhaus, solche Sachen. Okay. Die unmögliche Leiche, kennst du die? Nein. Wird eine Leiche im Himmel gefunden. Wie kommt die dahin? Und warum ist die tot? Oder halt hier meine neueste Schmidt-Kauft-Ein. Die werde ich dann auch mal raushalten. Und es gibt lecker Musik dazu von der Jutta Loske. Ah ja. Sehr schön. Das ist sehr zu empfehlen. Nein, ich finde ja trotzdem, dass wir am Ende dieses Podcast, jetzt wo endlich diese verwaldeite Pandemie vorbei ist und du endlich wieder auf die Bühne kannst, können wir ruhig ein bisschen hier mal Termine von dir vorstellen. Und merkt euch den 16.7., da darf ich mit Henny Nachtsheim auftreten. 16.7. Sind auch ein paar andere dabei, aber Henny Nachtsheim ist auch dabei. Bin ich sehr stolz drauf. In Bad Vilbel, Dordelweil. Und jetzt fällt mir noch gerade ein, wir haben ja gesagt, man hätte Fahrradkette, wäre jemand bei der Lesung gewesen, die Diana war da. Die Diana war da. Uns nicht nur ein Meet & Greet mit dir und mir haben können, sondern auch mit unserem Katte Albert. Leute, habt ihr was verpasst? Das wird es so schnell nicht mehr geben. Ja, ja, ja. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht. Mein neuer Krimi rauskommt. Aber Ende des Jahres wird ja auch die Stunde vollgemacht mit Viertelstündchen. Oh. Ja, da sind wieder die Promis am Start. Ach ja. Und dann kommt mein 50er-Jahre-Krimi und dann kommt das langersehnte Feuerwehrbuch. Okay, das ist ja auch alles jetzt sehr weit im Voraus. Die nächsten Termine sind 27. Mai in der Obermühle. 27. Mai, ja. Und am 31. Mai, glaube ich, der ist auch noch hier in der Zwei-Wochen-Spanne. Da bin ich in Deutelweil. Ja, das ist aber eine normale Krimi-Lesung. Da bin ich in Urlaub. Aber am 27. Mai sehr zu empfehlen, wirklich, muss ich sagen. Okay, muss mal gucken. Wir fahren nämlich den nächsten Tag in Urlaub. Ob ich dann noch kann oder ob ich dann im Vorurlaubsstress bin. Ja, weil du bist so aufgeregt. Da kommst du zu mir in die Obermühle, trinkst noch ein lecker Weinchen. Ja. Gibt nämlich auch Wein hier vom Dings. Gut. Ja. Okay. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist mein Newsletter. Newsletter. Da gibt es nämlich auch mal kostenlose Geschichten. Die kann man dann selber lesen. Also ist nix für dich. Genau. Gut. Gut genug, Werbung jetzt. Werbung Ende. Ja, jetzt müssen wir, wir haben was gelernt. Was haben wir heute gelernt? Ja. Was haben wir denn gelernt? Also ich habe gelernt, nein, du musst anfangen. Ich muss anfangen. Ich habe gelernt, dass Tracks und Traces eher um Musik geht, nicht um Leidenschaftletik. Ja, genau. Und ich habe gelernt, dass wenn ich dann endlich mal wieder Bücher lesen kann, ich einen Podcast habe, in dem ich mir nicht wie von Amazon irgendwelche Buchempfehlungen hole, sondern in einem Podcast, der ganz nette, ganz kurze, knackige Buchzusammenfassung und Empfehlung hergibt. Genau. Und ich habe noch gelernt, dass Maditta von Hülsen und Kate Kitchenhan, die niemals so heißen, einen hochinteressanten Hundepodcast gestartet haben. Genau. Mit dem Titel Vier Puten, Zwei Beine, Tausend Fragen. Und dann habe ich noch gelernt, dass die Komikerszene gar nicht so komisch ist und im Podcast Boing wird darüber berichtet. Genau. Das waren unsere vier Vorschläge für dieses Mal. Und ihr könnt uns, wie gesagt, erreichen über im Podcastsumpf.de oder über unsere Homepage über das Kontaktformular. Oder über Instagram. Instagram und Facebook im Podcastsumpf. Und wenn euch ein Podcast gut gefällt und wir haben den hier noch nicht vorgestellt, dann lasst es uns wissen. Denn wir sind immer auf der Suche nach guten Podcasts. Genau. Oder wenn ihr selber einen Podcast macht, von dem ihr denkt, der muss hier mal vorgestellt werden, sagt uns Bescheid. Und wenn ihr, so wie wir, den Überblick verloren habt, dann geht auf foodfyyd.de und da haben wir für euch extra eine Sammlung zusammengestellt mit allen Podcasts, die wir hier jemals vorgestellt haben. So ist es. Genau. Und da findet ihr die nochmal zum Nachblättern. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann auch hinterlasst uns gerne eine Rezension auf iTunes oder Spotify. Das hilft uns, sichtbarer zu werden und damit natürlich auch die Podcasts, die wir hier vorstellen. Genau. Dafür sind wir nämlich da. Genau. Aus Liebe zum Podcast. Ich wollte es nochmal sagen. Der Untertitel unserer, unserer Stine. Ist so. So. Und jetzt haben wir noch eine Playlist. Jo. Hier kommt die Spotify Playlist. Was hast du denn da mitgebracht? Also ich habe natürlich das vorhin erwähnte 1, 2, 3, 4 von Meckes darauf gesetzt. Das ist echt cool. Ja, ich habe vorhin Kylie Minogue und Nick Cave, Where the Wild Roses. Oh, das ist schön. Ja, sehr schönes Lied. Und dann habe ich noch für die Hunde The Rolling Stones, Walking the Dog. Und für den Boeing Podcast habe ich mir Kraftwerk ausgesucht, Boom, Boom, Chuck. Ja, ich muss die mir unbedingt mal anhören. Ich habe die neulich mal gehört, habe ich glaube ich erzählt, beim Asterix bin ich ausgerastet. Wie geil. Das ist cool. Ja, einen Titel haben wir heute auch ganz schnell gefunden. Ihr kennt ihn schon, wir wollen die nochmal sagen am Ende der Folge. Heute habt ihr gehört, Krimi Tracks mit gesprächigen Hunden. So sieht es aus. Und ich muss mich noch verabschieden mit Auf Wiederhörnchen. Den hatten wir doch schon. Nein, hatten wir nicht. Gar keinen Fall. Gut, dann liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt sauber, denn wir gehen für euch in den Sumpf. So sieht es aus. Macht es gut. Bis in zwei Wochen. Euren, Madi und die Tina. Tschüss. Bevor ihr ausschaltet, haben wir noch eine Bitte an euch. Ihr wisst, wir unterstützen die Kinderengel Rhein-Main. Wer diese Kinderengel Rhein-Main sind, könnt ihr unter anderem auf kinderengel-rhein-main.de sehen oder einfach mal in den Shownotes gucken. Da haben wir ausführliche Informationen über den Verein. Ziele und Aufgaben des Vereins sind unter anderem die Unterstützung von schwer oder lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien, um deren tägliches Leben etwas leichter und einfacher zu gestalten. Oder die Beschaffung oder Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel oder Therapien, für die die Kosten von anderen, der gesetzlichen Krankenkasse oder zuständigen Institutionen nicht oder nicht ganz übernommen werden. Oder die Förderung von Einrichtungen und Institutionen, die eine optimale Behandlung, Betreuung, Begleitung, Pflege und Nachsorge und eine wirksame Lebenshilfe für die erkrankten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Familien bedeuten. Ihr könnt die Kinderengel Rhein-Main ganz einfach unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kinderengel arbeiten, dann schaut doch mal ganz unten auf der Seite unter aktuelles, zum Beispiel ein Zuhause für die Engel oder ein Jahr Kinderengel, wie es dem Projekt ergeht. Vielen Dank. Und jetzt Tschüss. Tschüss.